Wie können Sie sich selbst und Ihre Mitarbeiter am besten schützen? Beim Ausbringen von anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln. Wichtig ist zunächst, in welche Kategorie der Kabinentyp Ihres Fahrzeugs fällt. Für jeden Kabinentyp gibt es Vorgaben zur persönlichen Schutzausrüstung. Gute technische Voraussetzungen der Kabine können die persönliche Schutzausrüstung teilweise oder ganz ersetzen. Geschlossene, zertifizierte Kabinen bieten Ihnen den besten Schutz. Wechseln Sie die Kabinenfilter regelmäßig nach Herstellervorgaben. Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe beim Verlassen der Kabine, um Ihre Haut vor Gefahrstoffen zu schützen. Vor Wiederbetreten der Kabine die Handschuhe ausziehen. Sollten Sie Fragen zum Thema haben, sprechen Sie uns gerne an.